Herzlich Willkommen zu JFTV, heute mit Matthias Bäckermann aus der Redaktion. Herr Bäckermann, Kalter Krieg Reloaded lautet der Titel diese Woche. Befinden wir uns auf einer Rolle rückwärts? In die 80er Jahre, könnte man annehmen und Leute aus unserer Alterskurorte können sich ja noch ganz dunkel daran erinnern, wie es in den 80er Jahren ausging. Die Bipolarität zwischen den Supermächten, wie es damals hieß, den USA und der Sowjetunion und dieser ewige Kampf um die Abrüstungsbeschränkungen. Und in der vergangenen Woche ist ja ein wesentlicher Vertrag gekündigt worden. Nämlich der INF-Vortrag, der die Regulierung von Mittelstreckenraketen praktisch seit 1988 fest geregelt und sogar geächtet hat. Der war damals von Michael Gorbatschow und Ronald Reagan unterzeichnet worden. Jetzt hat Trump ihn gekündigt. Was sind die Auswirkungen da auf Deutschland? Hätte da Deutschland als Mittler das vielleicht zwischen den Supermächten verhindern können? Naja, das klingt alles dramatischer, als vielleicht heute ist. Denn damals war es natürlich auch eine symbolische Sache, dass man sich in dieser entscheidenden Frage angenähert hat. Der ja der NATO-Doppelbeschluss und die Aufrüstung mit SS-20, Pershing 2. Die Älteren von uns können sich vielleicht noch an diese Begriffe erinnern. Die Trägersysteme haben sich gewandelt und damals wurde ja geächtet, dass Raketen, die zwischen 500 und 5000 Kilometer Reichweite haben, nicht mehr in Europa stationiert werden sollten und nachher eigentlich überhaupt nicht mehr produziert werden sollten. Die Russen haben eine Rakete, die in der Lage ist, das zu machen und deshalb haben die Amerikaner den INF-Vertrag gekündigt. Ich gehe davon aus, dass die Amerikaner auch Trägersysteme haben, die genau das gleiche in der Lage sind. Und deshalb hat dieser Vertrag eigentlich nur noch einen formellen Charakter gehabt. Und die atomare Aufrüstung oder die Umrüstung, wenn man so will, die hat ja die gesamte Zeit stattgefunden. Hat das Auswirkungen auf Deutschland und Europa? Natürlich hat es das, weil die Aufkündung dieses Vertrages, der ja zum Beispiel auch nicht Trägersysteme, die see- und luftgestützt waren, gemeint hat, Das hat man damals, deshalb ist man das umgangen, um die Franzosen und Briten, die ja damals sowieso nur see- und luftgestützte Atomwaffen hatten, nicht mit einzubeziehen oder nicht einzubeziehen zu müssen. Die gab es ja die ganze Zeit. Das heißt, russische U-Boote waren immer in der Lage, Raketen mit dieser Reichweite abzufeuern. Und was das aber heute ausmacht, ist, es dokumentiert einen massiven Vertrauensverlust zwischen den großen Atommächten, und das sind nach wie vor Russland, als Erbe der Sowjetunion und die USA. Und man hat in den deutschen Medien darüber sehr einseitig nur berichtet. Naja, es wurde eben der Anlass, der Amerikaner, den Vertrag zu kündigen, wurde eben damit begründet, dass Putin ein Waffensystem hat, das diesen Vertrag verletzt. Und das mag auch so sein. Allerdings hat man hier, und das ist eben der, was auch in der Presse ausgeblendet ist, Deutschland hätte eine Mittlerfunktion einnehmen können. Aber durch die Politik der letzten Jahre ist es eigentlich dazu nicht mehr in der Lage, dass man praktisch dieses Vertrauen, was jetzt zerstört war, dieser gekündigte Vertrag, drückt es eigentlich nur aus, dass man das gar nicht hätte so weit kommen lassen müssen. Und zwischen den Knorrigen, Mächtigen wie Putin und Trump hätte vermitteln können. Aber so hat es ja auch unser Kommentator, der General Favik, schön auf den Punkt gebracht. Die deutsche Außenpolitik war in den letzten zwei Jahren wohl primär darauf ausgerichtet, den Migrationspakt abzuschließen. Neben einem Brigadegeneral AD, der eben diese Kündigung kommentiert, haben wir eine Fernsehmoderatorin AD im Interview, Katrin Huss, die früher beim MDR war. Die entwickelt ja in ihrem Buch, erzählt sie ja, interessante Hintergründe. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Ich muss erst mal gestehen, dass ich Frau Huss gar nicht kannte. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die MDR-Sendung hier um vier oder wie sie hieß, dass ich sie gar nicht gesehen habe, weil zu der Zeit arbeite ich meistens noch. Aber die war sehr beliebt, hat diese Moderatoren-Tätigkeit lange Jahre ausgeübt. Vielleicht für Zuschauer, die jetzt auch nicht so MDR-affin sind. Das stelle ich mir etwa vor wie diese typischen Morgenmagazin-ähnlichen Talkshows, in denen Gäste da sind. Und sie werden dann nach diesem und jenen befragt. Das sind nicht nur Politiker, sondern auch Menschen, die für die Tagesnachrichten vielleicht gerade interessant sind, die ein Buch veröffentlicht haben. Und das hat die Frau Huss lange Jahre gemacht. Und ist dann, sie ist eigentlich auch eher unpolitisch. Sie ist ja dann wegen eines Interviews gekündigt worden. Was hat es damit auf sich? Ja, das war ein Interview mit dem Psychoanalytiker Maaz. Und der hat sich ja auch bei uns in der Zeitung sehr dezidiert über die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel geäußert. Und ihr Fehler, der eigentlich aus meiner Sicht ja kein Fehler ist, sondern die journalistische Praxis, sie hat als Interviewerin den Interviewten reden lassen. Und das war wohl nicht im Sinne der Senderverantwortlichen, des Intendanten oder ihrer Produktionsleitung. Sie kriegte, wie sie sagt, schon während der Sendung durch dem Knopf im Ohr wüste Beschimpfungen, was das denn jetzt solle, ob sie die Sache nicht abwürgen solle. Und musste sich dann daraufhin vor der gesamten Redaktionsmannschaft erklären. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, diese berühmten stalinistischen Kritik und Selbstkritik, wo sich dann ein Frevler vor versammelter Mannschaft nicht nur entschuldigen, sondern in den Staub werfen muss, wie er denn zu dieser politischen Verirrung gekommen ist. Und so hat sie sich wohl auch geführt. Musste dann viele, die sie auch aggressiv angegangen haben, von den Kollegen, wenn man so schön will, aber auch andere, die einfach nur betreten auf den Boden guckten, musste sich vorführen lassen. Und über kurz oder lang führte es dann dazu, weil sie war eher auch als freie Mitarbeiterin, feste Freie, zwar über einen langen Zeitraum, ich glaube 18 Jahre beim MDR. Und alle hatten auch natürlich Angst für sie, Partei zu ergreifen, weil es anderen Kollegen ähnlich ging. Und es reine Existenzangst war für sie jetzt, oder um das freie Wort zu befördern, da einzugreifen. Und deshalb haben alle geschwiegen. Und wer das selber noch mal nachlesen will, Katrin Huss hat ein Buch herausgebracht, und zwar Die traut sich was. Darin erzählt sie viele Hintergrundgeschichten eben aus ihrem Leben als Redakteurin und Moderatorin beim MDR, was man auch im JF-Buchshop bestellen kann. Matthias Beckermann, vielen Dank, dass Sie hier waren und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.